Sagt mal alle was nach der Reihenfolge. Bananensaft mit Schokostückchen. Sag mal was Habs. Gino Barak, meine Freunde. Tradi, meine Freunde. Tradi. Panetti, sag mal auch was. Ich bin der Vanity. Ich bin der Vanity. So Leute, ich sag euch die Wahrheit. Das war gar nicht meine Brille. Das ist meine Brille zum Lesen. Hab Mut zur Brille. Weil Brillenträger sind die besseren Pibels. So, Gino Barak, meine Freunde. Was geht ab? Ich nehme das Intro jetzt zum zweiten Mal auf. Weil ich einfach reingeschissen habe. Und mein Mikrofon nicht aufgenommen wurde. Jetzt sehe ich es. Und zwar, heute gehen wir in Gartik-Phone rein. Damit ihr wisst, was es ist. Es geht darum, um stille Post. Jemand schreibt was am Anfang. Danach kommt der nächste dran. Der muss das zeichnen. Das gezeichnete muss dann der nächste wieder aufschreiben, was das sein könnte. Und da kamen teilweise so geniale Sachen raus. Das war nicht normal. Ich musste mir immer das Lachen verkneifen, weil meine Freundin nebenan geschlafen hat. Und ich hatte immer Angst, dass ich sie weg. Weil mein Gelächter kam einfach rausgeschossen wie eine Pistole. Das war so heftig. Also ich hatte so Spaß da dran. Ich hoffe, das kommt in diesem Video auch rüber. Ja. Nicht lang schnacken. Viel Spaß mit dem Video, Freunde. Ich schwöre jetzt nicht aus wie Schwanz. Bruder, das ist wie bei mir auch, Digga. Ey Jungs, ich kann nicht teichnen. Ich sag's mal ab. Ich kann halt echt nicht teichnen, Jungs. Ich schwöre, das ist das Schlimmste, was geht bei mir. Meine Schlimmste und Schwäche in meinem ganzen Leben. Das ist schon so schlimm, ey. Ich will nicht, dass wir alles bekommen. Ach, ist schon mit dem Schritt. Kein Tag. Aber ich sag, wie es ist. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Jetzt bin ich so gespannt, Alter. Seid ihr ready? Ich bin komplett ready. Okay. Los geht's. Dubs kickt Marcy. Mal von Revy. Guck mal, was ich will. Marcy und Revy für immer. Ungefähr von Revy, yeah. Irgendwas habt ihr denn mit mir? Hört ihr gedacht. Was ist das? Schweiz und Deutschland, Liebe. Mach's gut, Alter. Ja, Dubs, Junge. Schweiz liebt Deutschland. Oh. Ja, aber ist nicht schlecht. Von Dubs kickt Marcy. Schweiz liebt Deutschland. Geil Jungs. Geil Jungs. Wieso nicht die Scheiße, Digga? Doppelsack auf Kopf. Junge, guck mal, was ich gemacht habe. Was, was, Doppel, Doppelsack. Was ist das? Doppelsack, Digga. Da muss ich das wissen. Sie hat nur Doppelapfel im Kopf. Oh mein Gott. Achso. Achso. Doppelapfel vom Türken mit Zahn. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Digga, Jungs, sorry. Digga, Jungs, sorry. Digga, einfach Kuku. Digga, was? Jesus liebt Walheim. Jesus liebt Walheim. Jesus liebt Walheim. Jungs, wie sagt man das Zeichen, Digga? Jesus liebt Walheim. Jesus liebt Walheim. Jesus liebt Holz und Schwert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schoko legt Holz ins Lagerfeuer in Walheim. Oha, oha. Hat er richtig schlecht. Siehst du ein Schoko? Isiti? Jugger what actors actually develop a lot of to attack! Kowie fed a foot up like a chaotic view in the world. además der Lift du Mel. Radblau. Arachen Ey elderly Schwazin habe ich so gut gezeichnet. Was? Rohrurd! Digger, aber guck, Rohr! Ja, Junge, ich schreib das hin, was ich lese! Ja, guck mal, Rohr steht da doch, Rad und Blau! Digger, was ist Rohr, Digger? Keine Ahnung! Tennis mit Controller Ja, das ist gut geworden. Ich würde einen da... Warte, was ist denn? Darf's gibt, Julia, im Urlaub eine Tennisabreibung nehmen? Ich kann nicht nur nicht schreiben. Du weißt ja, du wirst nicht nur schreiben, aber dann hab ich's rausgetappt, Mann. Tischtennis 1V aus 1, Angelina. Was ist das denn? Was ist das denn? Zwei Fatsäcke spielen Tischtennis. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Das ist so geil, das ist! That's not good! Seid ihr ready für das nächste? Ja, im Rats... Oh, wie Gott, Mann! Mestosaurus Rex auf einem Podest. Boah, Digger, war fast nicht, Junge! Boah, das ist voll gut, aber! Vögel ist Fan von Nestus! Hahahaha! Also von Kohle. Halt's den Maul, das sind zwei frackige Schuhe, Alter! Alle Vögel liegen Nestus. Hahahaha! Einfach alle Vögel? Vögel liegen Nestus! Wenn sie sagt, dass du gut aussiehst, sie aber blind ist. Boah, das ist voll rum, ey. Guck mal, was ich geschrieben habe, ey. Guck mal, jetzt. Du danst mit Knosse und findet ihn hübsch. Ey, guck mal, ich hab echt so so eine... Ich hab echt so eine blinde Liesrein gemacht, Mann. König wird von Untertanen geliebt. Der, guck mal, wie gut ich gezeichnet habe. Oha, okay, das fang ich ganz gut. Alle lieben die Königin. Auf einmal ein Königin draußen, was das über den Glanz zu machen. Digga, du hast den Langkage gemacht. Das ist das Thron, wo er drauf sitzt. Wo Thron? Was das für ein Thron?